hi und herzlich willkommen zum neuen video also wir sind jetzt noch kurz vor dubrovnik und unser plan ist es heute hier zu starten von meinem allerliebsten stellplatz und dubrovnik zu passieren und dann habe ich mir einen stellplatz rausgesucht kurz vor der grenze nach montenegro und wenn der nichts ist fahren wir vielleicht auch heute schon rüber nach montenegro ja lasst euch einfach überraschen ja und wenn ihr noch kein abo da gelassen habt dann könnt ihr das jetzt gerne tun klickt einfach hier unten auf abonnieren die glocke nicht vergessen dann bekommt ihr mal eine nachricht wenn ich wieder unterwegs war und ein video hochgeladen habe ja und dann wünsche ich euch viel spaß beim video guten morgen wir haben wunderbar geschlafen diese nacht es gab keine mücken und wir haben einen schattigen platz gehabt und jetzt überlegen wir ob wir doch noch eine nacht bleiben oder ob wir den tag genießen und später weiter fahren jetzt gehe ich jedenfalls erstmal herrlich es ist gar nicht kalt die ersten menschen sind auch schon angekommen herrlich ist gar nicht so gut herrlich ist gar nicht so gut Wir sind jetzt zu einem Stellplatz gefahren, der hier sein sollte. Aber hier ist nichts, weit und breit, außer diese Ecke. Und links und rechts ist komischerweise das Meer. Ah, ich bin hier und kann da lang und da lang gucken. So, jetzt bin ich genau an der Grenze zwischen Kroatien und Montenegro und habe hier voll den Rundumblick, weil ich auf einem Hubschrauberlandeplatz stehe. Hier ist das offene Meer und hier ist Montenegro. Die Schrank ist aber dicht an meiner Motorhose. Hallo! Das ist Versuch Nummer eins, über die Grenze von Kroatien nach Montenegro zu kommen. Das klappt leider nicht, weil unsere grüne Doppelkarte abgelaufen ist seit einem Monat. Und hier an dieser Stelle dürfen wir keine neue Versicherung abschließen. Ja, wir müssen also umdrehen, fahren noch mal durch die Berge, noch mal eine halbe Stunde einen anderen Weg zu einem viel größeren Grenzübergang von Kroatien nach Montenegro. Und wir hoffen ganz stark, dass diesmal nicht auf das Datum der grünen Versicherungskarte geachtet wird. 50 außerhalb 80. Guckt euch mal an, wie ordentlich in diesem Supermarkt alles gepackt ist. Ja, jetzt sind wir in Montenegro. Im Supermarkt haben wir uns gerade gewundert, dass man hier mit Euro bezahlen kann. Wir sind praktisch völlig unvorbereitet. In Kroatien ist ja Kuna und hier plötzlich wieder Euro. Ja, und dann haben wir uns auch gleich mal eine SIM-Karte gekauft. Die hat gekostet 5 Euro und wir haben 1000 Gigabyte. Allerdings nur für eine Woche. Ist das nicht ein Hammer-Stellplatz? So genial! Hier in der Nähe von Kotor direkt am Meer stehen wir. Gleich nebenan ist noch ein Restaurant. Jetzt essen wir noch gemütlich und dann geht's ab ins Bett. Guten Morgen allerseits! Wir haben gut geschlafen an unserem Stellplatz. Und jetzt sehen wir erstmal den tollen Ausblick hier direkt vor dem Meer. Und die schönen Berge im Hintergrund. Schaut doch mal! So, wir sitzen jetzt hier beim Frühstück in Kotor am Hafen und es ist wunderschön. Guckt doch mal! Die Berge und die Palmen, die Blüten. Alles super! Heute mal mit Sonnenhut. Es ist so unglaublich heiß hier. Schaut euch doch mal diese tolle Innenstadt an. Das ist die Innenstadt von Kotor. Und im Hintergrund diese krassen Berge. Es ist so zauberhaft hier. Bis zum nächsten Mal. Musik ein ganzer laden von einer lavendel ja heute fahren wir weg vom Meer wir fahren in die Berge in die hohen Berge wir fahren zu einem der tiefsten Canyon Europas und zum glaube ich zweittiefsten Canyon der Welt und zum höchsten Berg von Montenegro unser Strom ist fast alle und ich denke wir werden heute einen Campingplatz anfangen um Strom aufzufüllen Wasser aufzufüllen und ja vielleicht treffen wir noch ein paar nette Leute ja jetzt geht's los ich nehme euch noch ein bisschen mit durch die Landschaft und filme auch zwischendurch so ein bisschen lasst euch einfach inspirieren wir fahren jetzt also von Westen nach Nordosten jetzt fahren wir in die Berge weg vom Meer zum Nationalpark jetzt sind wir an der nächstgrößeren Stadt angekommen die heißt Nixik und wir sind jetzt auch noch ein bisschen hier ist ein See der irgendwie merkwürdig aussieht so wir sind jetzt im Dormitor Nationalpark auf einem Campingplatz weil wir einfach Strom und Wasser nachfüllen wollen und schaut mal die Berge hier ich verlinke euch die GPS Daten wieder hier oben nun sagt mir einer das sieht nicht geil aus der Ort heißt Tabliac wir sind jetzt auf dem Weg zu einem See hier im Dormitor Nationalpark in Montenegro und wir müssen ein bisschen aufpassen andere Gäste die auch auf unserem Campingplatz sind die haben hier gerade auf dem Rückweg von vom See eine Schlange gesehen schaut euch doch mal diese geile Gegend an wir sind hier am See im Dormitor Nationalpark angekommen eigentlich sollte man hier 3 Euro Eintritt zahlen aber wir haben nichts gefunden zum Eintritt zahlen wir sind hier ins Essen zum Mittag und schaut euch doch mal diese Aussicht an ich esse es einfacher mal mit dieser schönen Ausblick beende ich das Video und ich würde mich freuen wenn ihr ein Abo da lasst dann seht ihr auch wie es weiter geht mit unserer Balkan Tour bis zum nächsten Mal